Weißt du, was mich echt antrotzt, dass du hier jetzt voll den Kuhl raushängen lässt? Weißt du, das geht mir richtig auf den Sack. Die Tortentuner ab 17. Januar um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Kabel 1. 1, Baby. It all starts with an absolute blank page. Absolute Vodka. Die Paula gibt's jetzt auch in klein. Voll super lecker, schmecker fein. Paula Minis. Ganz neu für den kleinen Fleckenhunger. Jetzt neu. Paula Minis von Dr. Oetker. Was braucht der Mensch schon? Ein bisschen Ruhe, den Wahnsinn hinter sich lassen und eine richtig gute Brotzeit. Mit einem Weichkäs, wie er cremiger nicht sein kann. Es braucht halt nicht viel, um glücklich zu sein. Bergader Almkäse. Alles Gute von der Alm. Ich bin bereit, Sie für einen Monat zur Probe einzustellen. Die Kino-Sensation aus Frankreich. Ich lade Sie doch da hinten nicht ein wie ein Gaul. So leid es mir tut, wir müssen pragmatisch denken. Pragmatisch? Was ist der Wahnsinn? Behalts über 13 Millionen Kinobesucher. Wo bleiben Sie denn? Da muss ein Tor rein. Guten Appetit. Gehe jetzt auf myvideo.tv und sehe die exklusive Preview zum Kino-Hit. Alles Gerdrich! Ziemlich beste Freunde. Nur im Kino. Exklusive Preview. Jetzt auf myvideo.tv. Weniger ist mehr? Ich will mehr aus meinem Geld machen. Nicht weniger. Mit mehr Schutz vor Risiken. Mehr Gelassenheit. Weil Sie hohe Zinsen und hohe Sicherheit wollen, bieten wir Ihnen beides. Unser Festzinssparen. 2,3% für ein Jahr. Jetzt in Ihrer Filiale. Kommerzbank. Gemeinsam mehr erreichen. Ja, die erste Begegnung mit der Conny, das, ja, ich merke, es kribbelt gleich wieder. Das erste Treffen war natürlich Aufregung pur. Und da hatte ich noch Blümchen vorher geholt. Klar, macht man. Da kam da jemand die Treppen hochgerannt und hatte auch noch Blumen dabei und ich sah nur so eine strahlenden braune Augen. Dann hat man sofort ein Draht zueinander gefunden. Es war perfekt. Finden auch Sie die echte Liebe auf idaling.de Millionen Satellitenzuschauer können die schönsten HD-Momente gar nicht hereinlassen. Denn ohne HD-Plus-Receiver sehen Sie über Satellit die private Sendevielfalt nicht in HD, sondern nur in Standardqualität. Doch ein Mann kann helfen. Ihr Elektrofachhändler. Holen Sie sich alle zwölf HD-Plus-Sender über Satellit. Achten Sie beim Receiverkauf auf dieses Zeichen. HD-Plus. Übrigens, HD-Plus empfangen Sie auch mit einem CI-Plus-Modul. Für alle Fernseher mit Satellitentuner und CI-Plus-Slot. Lieben Sie Filme? Ich liebe, wir gehen so weit. LoveFilm, Amazons neue Online-Videothek, bietet Ihnen mit über 45.000 Titeln eine riesen große Spielfilmauswahl. Das glaube ich nicht. Erhalten Sie Ihre Wunschfilme per Post. Schauen Sie viele Filme direkt online auf Ihrem PC oder Fernseher, Ihrer Playstation 3 und ganz neu auf Ihrem iPad. Spektakulär! Los geht schon ab 4,99 Euro im Monat. Jeden Monat kündbar. Das ist doch mein Wort! Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf lovefilm.de. Ein Amazon-Unternehmen. Meine warme Küche sorgt immer für einen großen Auflauf. Mit den neuen Patros Mini-Würfen. Einfach drüber streuen, ab in den Ofen und fertig. Die neuen Patros Mini-Würfen. Auch perfekt für Pizza und Pasta. Rexona Crystal. Und du kannst dein schwarzes Lieblingskleid tragen, egal was du vorhast. Denn es schützt dich nicht nur vor weißen Deospuren, sondern auch effektiv gegen Schweiß. Das neue Rexona Crystal schützt dich vor Schweißflecken und vor weißen Deospuren. Rexona lässt dich nicht im Stich. Action Heroes. Seine Leidenschaft im Diebstahl von millionenschweren Gemälden. Was hätten wir denn sonst zu tun? Sie will in die Falle noch. Das ist ein elegantes Verbrechen von einer eleganten Person verübt. Hier geht es nicht um Geld. Hier ist Brotzner. Sagen Sie, kennen wir uns. Und René Russo. Noch nicht. Ich bin Catherine Bernie. Thomas Crow. Der Mann liebt das Hochseil. Ich werde eine Weile mit ihm spielen. Da drängt sich die Frage auf, wer hier mit wem spielt. Die Thomas-Crow-Affäre. Am Montag um 20.15 Uhr. Bei Kabel 1. Abenteuerleben XXL. Abenteuerleben XXL. Verbrechen will gelernt sein. Von doofen Diegen und blöden Banditen. Wir krönen die dümmsten Verbrecher der Welt. Und wir enthüllen die größten Alltagsmythen. Vom Surfen bis zum Bier im Haar. So leicht kann man sich irren. Wir decken gnadenlos auf. Abenteuerleben XXL. Am Dienstag um 20.15 Uhr. Bei Kabel 1. Das Grauen kommt per Post. Ich wette, sie war wild hübsch. Abby meint, sie weiß, welcher Körper zu diesen Augen gehört. Und Tony kommt auf Hochtouren. Ich will wissen, wer das Päckchen in Paraguay abgeschickt hat. Red Clavos. Tony. Seit wann bist du der Leitende Agent? Ich dachte, wir wären ein Team. Sind wir auch. Ich bin der Teamleiter. Oh, ganz und gar nicht. Drei Folgen Navy CRS am nächsten Samstag ab 20.15 Uhr bei Kabel 1.